Hallo YouTube! Ein neues Video und zwar geht es heute darum, ich habe mich beschäftigt, welche Firmen zahlen zuverlässig eine Dividende. Wieso zuverlässig? Um ein Portfolio aufzubauen mit Aktien, ETFs, Fonds etc. Es ist auch wichtig, dass man sein Portfolio bei Krisenzeiten irgendwie stabilisieren kann. Und das kann man zum Beispiel mit einer Firma oder mehreren Firmen, mehreren Aktien unternehmen, die auch in Krisenzeiten Dividende ausschütten. Ich habe jetzt eine Firma rausgesucht, die habe ich schon länger in meinem Depot. Wenn ihr meine Videoreihe kennt, Aktiensparplan, da habe ich die mit drinnen. Links wären hier unten. Keine Angst, ich packe euch alle Links rein, die jetzt in diesem Video vorkommen. Und der Fuchs unter euch wird wahrscheinlich wissen, um welche Aktie es sich handelt. Es ist keine deutsche Firma, die deutschen Firmen zahlen doch nicht so lange, aber es ist eine amerikanische Firma. Und diese Firma heißt Procter & Gamble. Ja, richtig, Procter & Gamble, für die, die das schon wussten. Für die, die sie nicht kennen, werden wir jetzt das genau anschauen. Warum ist diese Aktie so interessant und so wichtig? Weil sie zahlt schon über 100 Jahre Dividende. Für den Geschichtsbegeisterten unter euch, ihr wisst, es wäre der Erste Weltkrieg überstanden gewesen. Ja, er ist überstanden. Der Zweite Weltkrieg wurde überstanden. Und ja, und dann gab es noch ziemlich viele Krisen, Ölkrisen, Finanzkrisen, Dotcom-Blase etc. Und so weiter und so fort. Und Procter & Gamble zahlt einfach weiter fleißig Dividende. Natürlich ist der Kurs auch teilweise eingebrochen gewesen. Aber das sollte nicht stören, denn wichtig ist es hier, dass man seine Zahlungen bekommt. Wir gehen jetzt der Aktie ein bisschen nach und schauen uns das hier jetzt ein bisschen genauer an. Also, Procter & Gamble, ich habe die Seite hier gefunden, die ist unter us.pg.com. Den Link packe ich euch drunter. Und hier sieht man schon was, Procter & Gamble, also das Logo ist, ja, sagen wir es mal, etwas billig geraten. Da würde ja jeder Startup-Unternehmen die Haare rausrupfen bei diesem Logo. Aber das soll ja hier nicht stören. Wir schauen uns mal hier die Produkte an. Wer Procter & Gamble nicht kennt, hier gibt es die Produkte von A bis Z. Und alleine schon bei A, wer kennt nicht Ariel? Ich kenne zum Beispiel Bounty, Braun, Charmin, Dash, die anderen habe ich nie gehört. Fabrice kennt jeder. Gillette kennen die Jungs, Frauen mittlerweile auch, ja. Gillette Fusion habe ich selber. Gillette macht drei habe ich auch mal ausprobiert. Head & Shoulders habe ich ausprobiert. Hatte ich eine Zeit lang Schuppen, jetzt nicht mehr. Hat geklappt. Lenoir kennt jeder vom Waschen. Mr. Propper. Mr. Clean kenne ich jetzt nicht, aber sieht gleich aus. Mr. Propper kennt jeder von den alten Werbungen. Pampers, Oral-B. Ja, also Leute, da sind ein paar drauf. Swiffer habe ich auch zu Hause. Wix kenne ich. Und wenn man alleine sich das anschaut, das sind Produkte, was wir, also ich behaupte jetzt, ihr und ich nutzen jeden Tag. Und da kommt man kaum drum rum, dass man nicht irgendein Produkt erwischt von Procter & Gamble. Also wir kaufen die Produkte und kriegen dadurch auch wieder Dividende vorausgesetzt. Wir haben auch die Aktie im Depot. An dieser Stelle muss ich sagen, so Interessenkonflikt mäßig. Ich selber besitze die Aktie. Nicht in dieser Größenordnung, dass ich jetzt den Kurs beeinflussen könnte, wenn ich euch davon berichte. Wir schauen uns das jetzt mal an. Ich habe Aktien und zwar Procter & Gamble. Ganze elf Stück. 11,77 Stück in einem Wert von 853 gekauft. 838 ist der Kursgrad wert. Er ist ein bisschen gefallen, aber der Kurs schwappt hoch und runter. Man bekommt ja eine Dividende. Und das ist ja in meinem Aktiensparplan in der Reihe. Diesen Monat war das schon die Folge 14. Jeden Monat berichte ich über die Dividendenstrategie. Also Aktien sparen monatlich und dadurch Dividende zurückkassieren. Und da kommt die Aktie vor. Links sind hier unten. Also ich habe jetzt 11, irgendwas Stück. Und habe mir vorgenommen, diese Aktie auch für immer zu behalten. Also warum sollte ich sie verkaufen? Ich spare sie an, bekomme Dividende. Und allein wenn wir uns die Produkte anschauen, verstehen wir, warum Erster Krieg, Zweiter Krieg, also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Ölkrisen. Ich weiß gar nicht, wie viele Krisen. Das müsste ich nochmal recherchieren. Wie viele Krisen es alleine gab die letzten 60 Jahre. Und das wäre jetzt ein interessantes Video noch. Und das alles hat Procter & Gamble übertrumpft. Und zahlt einfach weiter Dividende. Schauen wir mal weiter. Den Screenshot packen wir wieder weg. Hier oben habe ich ein paar Seiten aufgemacht. Ich mache mal die nächste Seite auf. Hier eine meiner Lieblingsseiten bei der INGDIBA. Da habe ich auch den Sparplan und da gucke ich mir so ab und zu die Werte an. Man kann hier den Überblick anschauen von Procter & Gamble. Man gibt einfach bei der INGDIBA Seite Procter & Gamble ein. Sieht hier den Kursverlauf der letzten 10 Jahre. 2007 bei 40 Euro ist hoch und runter gegangen. Und hier sagen die Analysten den Kurswert voraus. Was sie meinen, dass es wert ist. Man kann hier einen Sparplan einrichten bei der INGDIBA ab 50 Euro. Ich werde auch noch ein Video machen, wie man das machen kann. Und gehen wir mal hier ein bisschen weiter. Firmenprofil. Man kann ein bisschen was lesen. Man kann sich hier die Bilanzen anschauen für den Mathematiker unter euch. Und man sieht hier die meisten Besitzer dieser Aktie. Ganz weit vorn immer die Vanguard Group oder BlackRock. Kann man auch googeln. Sehr interessante Firmen. Werde ich auch noch was dazu berichten. Und jetzt gehen wir mal zur Analyse. Das ist das Interessantere. Hier wird vorausgesagt, was die Aktie an Gewinn bringt die nächsten Jahre. Was sie an Dividenden zahlen. Also das sind die Jahresdividende in Dollar nehme ich mal an. Man sieht es jetzt hier nicht. Ich denke Dollar. Und jetzt sieht man hier 2017 2,68 im Jahr. 2,79 im Jahr. Die Aktie zahlt aber quartalsweise. Und das gefällt mir. Wenn die Firma viermal im Jahr ausbezahlt. Und man kann dann mit der Dividende was anfangen. Ich habe jetzt eine Dividende von gefühlten 6 Dollar. Mit denen kann man noch nicht viel reinvestieren. Aber die packe ich dann drauf. Also die knapp 5 Euro plus minus packe ich dann monatlich zu meinem Sparplan von 50 Euro dazu. Also 50 Euro plus die Dividende. Und also nicht jeden Monat. Und umso mehr es wird, umso mehr reinvestiere ich die Dividende. Das Ziel ist es, dass man hier irgendwann eine solide Basis hat zu seiner Rente. Ich bin jetzt 38 und ich muss bis 67 arbeiten. Laut deutschen Plan. Das habe ich nicht vor. Und deswegen möchte ich mir meine Kasse ein bisschen aufbessern. So, jetzt machen wir hier weiter. Nächste Seite wäre die WhatsApp-Seite. Die müsst ihr nicht wissen. Wer es nicht weiß, man kann WhatsApp verknüpfen mit seinem Handy. Und dann kann man am Laptop schreiben. Wir gehen weiter. Aktionäre von Procter & Gamble. Ich habe hier einen schönen Artikel gefunden. dass die Aktionäre natürlich hier super, super bedient werden. Seit 1890. Man muss sich das zergehen lassen. Seit 1890. Das ist nicht irgendeine Start-up-Firma, wo man 4% versprochen bekommt. Und die Firma ist dann weg in zwei Jahren. Also ich bin da sehr vorsichtig, in etwas zu investieren, wo dann einfach weg ist. Also da ist dann einfach das Vermögen weg. Hier ist eine Firma, die zahlt seit 1890. Soll ich es wiederholen? Nein. Da ist es doch wert zu investieren, auch für langfristige Aktionen. So, hier auf dieser Seite, das ist die Finanzen.net. Die gefällt mir ganz gut, die Seite. Informiert sehr gut. Man kann oben alles Mögliche eingeben, was man hier suchen möchte. Wird sehr gut informiert. Schreibe ich euch noch drunter. So, die nächste Seite ist dann mydividends.de. Gefällt mir auch ganz gut. Man kann hier einiges lesen. Hier habe ich auch schon was über Procter & Gamble gefunden. Easy Nummer. Nach der Nummer könnt ihr bei eurer Bank suchen. Man gibt diese Nummer ein. Ich kopiere die mal kurz und probiere die jetzt einfach mal aus bei der ING-DiBa, wenn man die hier oben eingibt. Ob das auch funktioniert. Und was springt dann raus? Es springt die Procter & Gamble Aktie raus. Wunderbar. Nach dieser Nummer, das ist eine internationale Nummer, die es nur einmal vergeben wird, findet man diese Aktie. Wenn ihr jetzt bei einem anderen Geldinstitut seid, ich bin bei der ING-DiBa oder mein Girokonto ist bei der Commerzbank, das ist keine Werbung, die Banken kennt man, dann kann man das hier eingeben und man findet diese Aktie. Nur kurz an der Sache möchte ich und muss ich ein bisschen was sagen. Und zwar, dass ich kein Anlagenberater bin. Ich mache das aus Spaß und möchte euch berichten, wie man einen Schritt weiterkommt in der Finanzwelt. Denn ich habe so das Gefühl, dass ich 13 Jahre in der Schule nicht wirklich auf das Leben der Finanzen vorbereitet worden bin, sondern ich konnte dann nicht einmal wirklich eine Wohnung mieten oder kaufen oder ähnliches. Das wusste ich gar nicht, wie das funktioniert, dass es sowas überhaupt gibt. Deswegen machen wir das hier zusammen mit einer Art Schwarmintelligenz. Schreibt mir drunter, wie es euch geht. Habt ihr eine Aktie im Depot, so wie ich, die seit 100 Jahren Dividende zahlt? Schreibt mir das drunter. Können wir uns gegenseitig supporten? Und das gefällt mir, dass man hier zusammen wachsen kann, zusammen hochkommt. Habe ich jetzt alle Seiten durch. Ich schaue mal kurz nach. Und zwar, die habe ich euch auch gezeigt. MyDividends.de Und die letzte wäre dann halt noch, man kennt das, Wikipedia. Man kann einiges drüber lesen über Procter & Gamble. Bei Wikipedia muss man aber so ein bisschen vorsichtig sein. Also was heißt muss man? Man muss nicht vorsichtig sein. Aber man hat ja in der letzten Zeit auch immer wieder mal gehört, dass man das halt manipulieren kann. Ja, kann man. Aber nichtsdestotrotz muss man halt an verschiedenen Seiten seine Daten raussuchen, seine Informationen raussuchen. Und am besten, man geht dann einfach auf die Procter & Gamble Seite, schaut, was die überhaupt produzieren. Was für News die haben, welche Produkte die haben. Und das Produktsortiment ist brutal. Also, Fazit. Eine Aktie, die man wirklich, wirklich lange drin halten kann und einfach profitieren kann von der Dividendenzahlung. Hinzu kommt noch der Kurswert, der seit 2007 sich fast verdoppelt hat. Und nehmen wir mal ein Beispiel. Ihr hättet jetzt 2007 10.000 Euro reingetan. Hättet ihr jetzt fast 20.000 Euro. Plus die Dividende, die sich ja auch verdoppelt hat. Also, sagen wir jetzt, da waren jetzt die Dividende circa 2,70 Euro. Nehmen wir das mal in 10 Jahren. Die Firma wächst und wächst und wächst. Hat mehr Kapital, mehr Kapital, mehr Kapital. Und man bekommt dann statt 2,70 Euro vielleicht 3,70 Euro, 4,70 Euro oder 5,70 Euro oder Dollar an Dividende. Dividende. Somit ist es eine gute Sache, dass man quartalsmäßig Geldrückfluss erzeugen kann. Und für seine Rente, wenn man dann irgendwann Rente ist, seine Rentenlücke schließen kann. Ich selber habe jetzt von der, wie heißt die denn jetzt? Die Rentenanstalt. Heißt das jetzt Rentenanstalt? Jetzt weiß ich es nicht ganz genau. Die haben den Namen geändert. Ich habe gesehen, dass ich 3,80 Euro Rente angesammelt habe. Sprich, wenn ich mit 67 Rente gehe und nichts mehr einzahle, ist das mir garantiert anscheinend. Für 22 Arbeitsjahre etwas mau. Und ich sage mal, in 30 Jahren ist allein durch die Inflation 3,80 Euro gar nichts mehr wert. Ich hoffe, dass ich da einen Inflationsausgleich bekomme. Aber deshalb müssen wir uns einfach damit beschäftigen. Selber was aufzubauen für die Rente. Oder ich sage mal, wenn jetzt Dividende reinkommt, 50 Euro. Die 50 Euro nehmen, schönes Steak essen gehen oder Eis essen gehen oder irgendwas. Man freut sich halt, zahlt eine Rechnung und auch gut ist es. In diesem Sinne, schreibt mir unten drunter, wie, was habt ihr in eurem Depot, was als Dauerbrenner geeignet ist und immer wieder gezahlt wird. Können wir diskutieren. Und ich freue mich schon auf die Diskussionen. Wenn euch mein Kanal generell gefällt, schenkt mir ein Abo. Da kann man unten draufdrücken. Das kostet euch jetzt ein bis zwei Sekunden. Passiert gar nichts. Ihr werdet nicht genervt den ganzen Tag. Wenn ihr immer eine Info haben wollt, wenn ich ein Video hochlade, dann gibt es da unten eine kleine Glocke, nachdem ihr abonniert. Und wenn ihr da draufdrückt, kriegt ihr immer wieder eine Info, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. So, jetzt mache ich mich auf die Suche meiner Watchliste. Die habe ich in der Schublade. Und da gucke ich mir meine Aktien an und beschäftige mich wieder, wie fast täglich, ein bis zwei Stunden mit Firmen, Dividenden, Kennzahlen und so weiter und so fort. Ich freue mich aufs nächste Video. Freue mich auf euch, auf eure Kommentare. Bis dann, euer Robert. Ciao. Servus in Bayern. Auf Wiedersehen. Wie auch immer. Wie sagt man das denn bei euch, wo ihr herkommt? Servus. Ciao. Für die oder so. Bis dann.